Guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Sonntag und heute ist auch Carst & Coffee in Hamburg. Und da machen wir uns auf den Weg hin. Ein bisschen spät dran. Wetter sieht so nah ja aus, aber mal schauen, wie es noch so wird. Geht das mal zum Auto und dann geht's gleich los. So, wir sind angekommen. Der Radplatz ist schon mega voll. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Jo, hau rein! So Leute, das war Carsten Coffey in Hamburg. Hab da viel gequatscht mit anderen Leuten, wollten wir wieder nicht die ganze Zeit mit der Kamera rumlaufen, hab trotzdem hoffentlich ein paar cool Autos vor die Linse bekommen. Es waren natürlich noch ein paar mehr Autos da, in den weiten Straßen und 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 und. Und Wetter war mal so mal so, es hat ab und zu so kleine Hagelkörner gegeben, Regen, Sonne, wie jetzt gerade mal wieder und mein Auto sieht richtig dreckig aus, ich hab da eigentlich vor und morgen waschen, aber verpennt und hätte auch nichts gebracht, weil sie ja richtig anfangen jetzt zu pissen und alles und ja, alles doof. Mach ich jetzt die Tage auf jeden Fall mal richtig sauberes Auto, wird dann natürlich auch wieder mit dabei sein, der René wird dann auch mit an Bord sein. Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und auch rein. Tschüss. Tschüss. Frieden. Musik. Hi.